Ja, da kommt das erste Opfer. Wenn der glaubt, er kommt da ohne Vignette durch, wird er sich täuschen. Halt, stehen bleiben. Das ist Vignettenpflicht. Was? Was heißt da Vignettenpflicht? Wir sind auf der Alp, nicht auf der Autobahn. Ich bin von der Alp Finagg. Das Benützen von Schotterwegen ist seit 1. September zahlungspflichtig. Die Bern ist jetzt eigentlich, wir haben doch keine Lust, um eine Vignette zu zahlen, dann kostet es nicht, weiß nicht, wie viel. Die Erhaltung der Straße kostet 7,50 Euro, das wird doch nicht so viel sein. Ja, dann sagen sie halt der Mama und gib die Vignette her. Ja, ich weiß ja nicht einmal, wie eine Kuh aussieht. Her mit der Kuh, dass man da eine Vignette hinaufpicken kann. Glückste Vignette, gell? Ja, der Alp Finagg. Eine Vignette. Bis zum nächsten Mal. Gute Reise mit deiner Kuh. Ja, da ist bloß eine Geldmacherie da, eine Vignette. Nein, wenn sie das nächste Mal schießt, liegt die Vignette eh alles runter. Unglaublich. Das ist die Jugend von heute. Okay.